Yo! Was geht ab, Leute? Team Bobbleteer. Mal endlich wieder mit einem neuen Video. Und zwar heute ein Hearthstone Opening. 50 Packs. Von dem alten noch. Keine Sorge, also für die Leute die es nicht interessiert, ich werde auch ein bisschen über den Channel reden. Ein paar Updates und so, die kommen werden und so. Und für die, die Interesse an dem Spiel haben, ist es echt ein geiles Spiel. Free to Play, also umsonst. Könnt ihr mal abchecken. Ein paar haben mich hier schon geredited und wer mich noch reden will, mein Battle Tag ist immer unten in der Beschreibung. Ja, fangen wir mal an mit ein paar Updates. Also, wir haben den Channel ein bisschen sortiert, ein bisschen umstrukturiert. Also, zum Beispiel haben wir jetzt allen Videos schöne Thumbnails gegeben. Mir fällt gerade das Wort nicht ein, einheitlich. Wir haben in ganzen Videos halt einheitliche, schöne Thumbnails gegeben. Sieht echt gut aus, finde ich. Dann haben wir dem Channel auch, also die Videos haben wir schön umbenannt. So ein paar von denen hatten echt verrückte Namen. Also, das haben wir jetzt auch schön gemacht. Dann haben wir die Videos auch alle in Playlist getan. Die sind jetzt auch alle perfekt sortiert. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal reinschaut, wenn mal gerade keine Videos, gerade mal keine neuen Videos am Start sind. Könnt ihr immer gerne die alten Playlist durchschauen. Da sind echt ein paar Klassiker mit dabei. Könnt ihr mal abchecken, wenn ihr wollt. Dann haben wir auch ein paar Videos in Planung. Also, zurzeit kamen zwar keine, aber es sind auf jeden Fall wieder ein paar Videos geplant. Zum Beispiel Jaffa Talk ist möglicherweise wieder am Start. Also, Jaffa bereitet gerade was vor also. Mal schauen, was daraus wird. Ich glaube, das wird einige freuen, weil Jaffa Talk war immer sehr beliebt. Dann hat Moksha auch was vorbereitet. Ja, hat auch sein eigenes Video bei bald. Und hat sogar eine App gerade in Bearbeitung. Die ist bald bereit. Also, darauf könnt ihr euch auch freuen. Team Bubble Tea, das eigene App. Ich weiß auch noch nicht genau, was das ist. Lasst euch überraschen. Dann werden wir auf jeden Fall ein Bandless Review machen. von der TCG Januar Liste. Und wir hatten auch vor, vielleicht ein Prediction Video zu machen. Aber ich glaube, zeitlich geht sich das nicht aus. Ansonsten machen wir vielleicht ein Review von der verrückten OCG Liste da. Falls ihr die gesehen habt. Also, falls es stimmt. Es ist glaube ich noch nicht confirmed. Aber höchstwahrscheinlich stimmt es. Wenn wir wahrscheinlich auch ein Review-Video darüber machen. Ich hatte auch ein Opening von den Special Editions. New Challenger. Also, da war TC alles dasselbe. Deswegen hab ich das jetzt mal nicht hochgeladen. Die Promos wären vielleicht interessant gewesen. Aber TC sind eh nur die Reprints von den. Von jeder Super Red, die in dem Set drin ist. Dachte ich mir lohnt sich nicht. Ansonsten. Das nächste große Opening wird. Äh. Wie heißt das nicht so gut. Äh. Secrets of Eternity sein. Darauf freuen wir uns schon. Also, vor allem Moksha. Weil in dem Set kommt ein neues Quarky Mega Monster raus. Rockstun. Also, Deckprofile davon wird dann auf jeden Fall folgen. Und dann halt wie gesagt. Wieder ein großes Case Opening. Das kommt glaube ich Mitte Januar raus. Ja. Das waren eigentlich alle. News zum Channel. Und Yu-Gi-Oh! Mäßig. Ansonsten. Zurück zu. Hearthstone. Also. Das sind echt coole Spiele. Könnt ihr echt mal abchecken. Wie gesagt umsonst. Das ist von der Popularität her glaube ich eh schon ziemlich gewachsen. Spielen eh schon viele in der Community. Für alle die sich auskennen. Wissen ja. Wissen ja das GVG rausgekommen ist. Das neue Set. Ich habe nicht aus Versehen 50 Fallstream Packs gekauft. Die habe ich mir einfach in der Arena zusammengespart. Als halt bekannt wurde das neue Set rauskam. Und ich habe halt eh schon jede Karte. Und deswegen. Hat sich das irgendwie angesammelt. Weil ich halt nichts gebraucht habe. Ja. Ich glaube das war's auch. Ich werde glaube ich nichts. Äh. Golden Faceless. Also. Golden Airpick. Das ist auch nicht schlecht. Ansonsten kommt da glaube ich nichts mehr besonderes. Das war's eigentlich schon. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Schaut einfach den Rest das Opfer-Dingst an wenn ihr wollt. Wenn nicht könnt ihr hier abschalten. Ansonsten hier mal liken, subscriben, kommentieren. Schaut auf unsere Facebook Seite wenn ihr wollt. Da gibt es immer Updates. Was wir halt gerade so machen. Ansonsten. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.